Dann nutze ich dann lieber eine andere Waffe, die in der Beziehung besser ist und jetzt muss ich das Automatik werden mal ausprobieren dann, was ich gerade gekriegt habe. Ja, ja. Ja, mach doch. Das ist alles geblieben, ja. Bisschen umgestellt haben sie es, dass du den Sterling Schatz nur noch in der Arena kriegst. Ich habe auch noch was auf dem Turm. Das wird bestimmt der Ding sein, der Eisentempel, wenn du das aufgemacht hast am Eisentempel, dann ist das weg am Turm. Glauben wir es. Das ist der Controller ausgebildet, das ist eine Sauerei. Wie gesagt, das ist bestimmt noch einmal Nix anders als wie wenn du, sagen wir es, wenn du jetzt beim Shira warst, dann ist das weg. 100% Ja, ich auch nicht. Die meinen wahrscheinlich den anderen Turm. Bei mir ist da auch nirgendwo was angezeigt. Den kommst du ganz einfach, du gehst unten auf das neue Eck, unten rechts. Ganz normal auf Ziele. Und dann rechts unten. Da ist ein Tempel. Da ist ein Tempel. Und geht da auf dem Eisentempel. Entschuldigung. Auf die Erde und dann auf dem Eisentempel. da ist ein Tempel. Und dann rein. Vielen Dank. Nein, nein, 3,85. Das ist das Max-Level, 400 kommt erst mit 2 wahrscheinlich, mit Destiny 2, vorher kommt das nicht. Jetzt kommt der Strike. Ja, ich auch. Das ist das Max-Level. Sei wachsam, komm sicher nach Hause. Aber ganz schnell. Das ist immer noch da, warum ist denn das immer noch da? Das ist immer noch da. 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 Das ist immer noch. Das ist immer noch da. 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 Das ist immer noch da.